Halli Hallöchen, hier ist er wieder, euer Zeitbottchen. Und wir spielen beide ECO und beide geht's. Wir haben ein paar von den Steinchen hier, die werden wir jetzt verbauen, also ein bisschen noch. Da werden wir noch ein bisschen draus basteln. Komme ich hier noch hoch und das ist inzwischen zu hoch. Er ist zu hoch, ne? War ja klar. Dann muss ich wieder auf dieser Seite sein. Zum Glück habe ich mir so einen Hüpf-Dingse gemacht. So, hier ist mein Hammer. Das ist der Hammer. So, draus. Dann kommt ja... ...eine Türe-Tage. Eins, zwei, drei. ...eine Türe-Tage. Done. ...eine Türe-Tage. ...keine Türe-Tage. ...eine Te-Tage. noch ein höher so und jetzt da hoch hier drüben unsere normale blöcke hier 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 mal auf die schnelle hoch ist da rüber und dann machen wir da eine stufen weiter hoch muss ja nicht hoch sagt diese blöcke also alles klar jetzt komme ich nicht mehr lang muss ich gleich noch mal einen wegweisen ich muss dich nochmal abreißen somit hier unten noch durchlaufen kann und dann würde ich hier wieder hoch denn nein ach perfekt dann vorbeigehüpft 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 reicht für ein stockpile dann bis hier 1 2 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 das war so klar dass ich da nicht hochkomme das war so viel das war so wie das war so das war so nicht das war das ist praktisch perfekt von der höhe her alles im load das ist der fußboden hätte ruhig noch ein weiter runter aber ich hab den ja schon so dann machen wir jetzt holz holz als nächstes so kommen wir nicht mehr auf das ist normal Das wird dann später Asphalt, ich knall da jetzt erstmal nur Holz hin, damit da was was. Yo, Tom. das passt schon. Hier machen wir eine schöne Asphaltgeschichte draus Wie viel Holz haben wir noch? 15 Geil rum und zwar hier der Floor Gut Entzückt. Ich bin entzückt. Es läuft wie es soll. 6 haben wir noch Komme ich von hier aus eigentlich auch da ran? Nee. Aber von hier aus. Nein. Ach, wenn es extra toll haben will, dann klappt es nicht. Ne? So, jetzt Gut, 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 gut. Dann würde ich sagen müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen Bäume hacken Ja, aber demnächst mal Bäume anpflanzen Gute Damen und Herren. Achtung Tunnelumbau nach LLT Timber Ja, so langsam wird es wieder besser mit den Werten Oh ja, in der Ecke muss ich auch mal was machen. Dann jedes Mal ins Trudeln gerade ins Trudeln gerade, ins Schwanken ins Wanken und Schwanken ist mein Baum da Ich hab hier mal was zum Einpacken gegeben Ich hab hier mal irgendwas zum Einpacken gegeben Ich hab hier mal was zum Einpacken gegeben Komme Aber ich habe mich noch nie Ein W kampen Ich schätze mich noch nicht Ich schätze mich noch nicht wie es Starte. 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 Jetzt muss ich aufpassen, ob einer zurückspeilt. Ne? Holz. Timber. Lass das mit rein? Bank. Irgendwas mit Bank und Währung. Holz, 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 Holz. Holz, 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 Holz. Die Bäume ja noch so ganz gut. Aber wenn ich natürlich alles mit Lager voll balle, dann wechselt kein Baum mehr. Hier ist zum Beispiel in einer Bank. Bildungsbank, Stadtbank, Kapitolbank, Bank. Und die ist öffentlich? Oder holt man sich die und stellt sie bei sich auf? So. Alles klar. Da vorne sind. Baum fällt. Das sind 0,01 Groschen. Baum vom Treasury Bank Account. From Nature. Baum fälle. Muss ich Geld bezahlen? Echt jetzt? Echt jetzt? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Baum vom Treasury Bank. Und jetzt? Richtig? Wie krieg ich denn Geld, wenn ich Setzlinge pflanze? Das ist ja so weiter. Ich brauche doch Holz. Das war's. muss ich direkt noch mal fragen baumfällen kostet steuer baumfällen kostet steuer bekomme ich zurück wenn ich den stumpf abholze naturschonst peeing peeing so 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 Das ist nicht verwendet. Also ich räume immer den ganzen Baum weg. Guck mal, jetzt habe ich einen Baum gefällt. Und C. Da steht immer Ping 0.01. Das ist nicht verwendet. Das ist nicht verwendet. Muss ich mal drauf achten. Das ist natürlich schön. Wenn du ordentlich aufräumst, kriegst du einen kleinen Groschen. Und wenn du halt nur schnell dein Holz krübelst, musst du halt zahlen. Das ist nicht verwendet. Das ist nicht verwendet. Und hier auch Y. Das ist nicht verwendet. 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 Dann sch Não am Ende. so holz kommt langsam rein in die budestube holz kommt rein mehr holz für uns holz 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 wir pflanzen da wieder neu keine sorge letztendlich soll obendrauf eh eine baumplantage um den schmuck und gedünst dann wieder loszuwerden die frage kosteine klopfen auch text nieder und wahrscheinlich nicht und so holz läuft holz läuft das war auf jeden fall zu laut sorry das hat gekribbelt in meinen bauchnagel in meine nase das war weiter Ja, ja, ja. Dann würde ich sagen, bereiten wir doch hier schon mal die nächste Lagerfläche vor, während wir dann Holz machen. Wir lassen ihn Holz machen, wir lassen ihn Holz machen, fehlend Steine, ja, ja, das ist kein Problem. Holz, dann machen wir mal 100, 100, einfach nur Holz herstellen. Alles klar. Lassen wir ihn machen, dann kann er hier in Ruhe das ganze Holz zerlegen. Und dann haben wir nachher noch, ja, ist ja gut, das war falsch, was ich gerade gedacht habe. Dann, nicht da runter. Hätte ich gerne Mörtel. Wir haben jetzt ein bisschen was abgeholzt. Lagerplatz. Mörtel. 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 Wie viel kriegen wir denn da raus? 70. 70. 70 Stück. 70 Mörtel. Sehr gut. 70 Mörtel. 90 Mörtel. 70 Mörtel. 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 quelhm. Okay, dann würde ich sagen, schaufeln wir uns hier mal frei. Okay. Ja, das war so weit. So. Die Holzschaufel ist kaputt. Aber hier drüber habe ich auch keine kleinen Dingsel mehr. Ne, das ist kein kleinen Ding. Das ist eigentlich blöd in die Richtung. Ich muss erst mal die Holzschaufel kaputt. Die muss repariert werden. Repariert. Zack. Wunderbar. Den Hammer können wir auch gleich reparieren. Nein. Keine Box mehr. Okay. Dann machen wir... Erstmal ein Päuschen. Genau. Wir machen jetzt mal kurz ein Päuschen. Wie sieht es hier aus? Das kommt hier hin. 93 Stück. Sehr schön. Und... Was ist hier? Ist... Kein... Wir machen jetzt hier. Wir machen jetzt schon ein Päuschen. Wir machen jetzt hier einen Päuschen. Wir machen jetzt hier ein Päuschen. gut dann läuft jetzt hier erstmal ordentlich was durch es gibt eine marke namens das ist Innovatives kochen? yes sir cj advanced cooking ah ok da hat jemand super mega kochen bekommen well well done so wir sind wieder mal mit der Folge fertig vielen dank fürs zuschauen ich bedanke mich lasst gerne Kommentare da Däumchen wenn ihr wollt und ja mach mal hin so reinhauen bis zum nächsten mal euer Xavottchen tschüssen